Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1352. Heute mit den folgenden Themen. iPhone, Zubehör, Self-Tracking, ach nee, das habe ich hier rausgeschnitten, YouTube, Google und Apple Music Classical. Ich starte gleich zuerst mit einem iPhone-Thema. Dass es in sich hat, über ein Jahr war ein iPhone in einem See, in Mendota-See, um genauer zu sein. Eine Studentin hat es bei einem Bootsausflug mit ihren Freunden im Sommer 2022 verloren und dann sich gedacht, ja gut, das liegt jetzt auf dem Seegrund, das bekomme ich nicht so schnell wieder. Eigentlich überhaupt nicht, das kann ich abschreiben. Ich kaufe mir ein Neues. Über ein Jahr später, fast, hat die Polizei von da ihr angerufen. Weshalb? Ja, ganz einfach. Es gibt, wie an vielen Orten, auch bei uns in Solothurn zum Beispiel, Menschen, die Seen und Flüsse reinigen. Die da Fahrräder, Plastikabfall, Dosenabfall, Flaschen, Autos und weiss ich nicht, was alles rausfischen. Also gut, zumindest in Solothurn haben wir noch nie ein Auto rausgefischt. Aber andere grosse Sachen, wie Fahrräder und solche unnötigen Geschichten, die da nicht drin sein sollten. Und dabei ist auch aufgetaucht ein Smartphone. Und die finden dann, versuchen dann die Dinger immer wieder zu beleben, doch das gelingt eigentlich fast nie. Ganz selten, wie jetzt, ist es eben passiert. Und siehe da, es lief sogar. Es ist vollkommen funktionsfähig. Über ein Jahr aufgrund von einem See. Und es läuft noch. Doch, das ist doch mal Wertarbeit. Mal schauen, ob wir das nächstens wieder hören werden. Es häufen sich nämlich in letzter Zeit solche Meldungen von iPhones, die in zugefrorenen Flüssen lagen. Von iPhones, die in anderen Gewässern lagen und nach längerer Zeit doch wieder haben gebraucht werden können. Super Deutsch wieder mal. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die neueren Modelle sind ja IP68 Wasser- und Staubdicht zertifiziert. Das ist eigentlich nur so, ja, ich glaube eine Stunde, halbe Stunde auf 30 oder zwei Meter. Schaut ein paar Gipsi.ca-Blog nach. Da habe ich eine Liste, was welche diese Bezeichnung bedeutet. Aber es ist schon eindrücklich, wie lange das das halten kann unter idealen Umständen. Weiter geht es mit einer App, die du vielleicht auf deinem Android-Smartphone hast. Wenn dem so ist, dann solltest du die sofort installieren. Die iRecorder-App, eine Screen-Recorder-App vom Entwicklerteam Coffeeholic-Dev. Die wurde mittlerweile aus dem Playstore entfernt. Und weshalb? Weil ja, am Anfang ging sie normal in den Store. Die Leute haben sie runtergeladen. Man konnte Bildschirmaufnahmen machen. Dinge, die eigentlich von Natur aus, vom Betriebssystem aus machbar sein sollten. Mittlerweile auch bei Android, bei iOS schon lange, aber bei Android bei gewissen Herstellern schon mit drin ist. Aber bei anderen braucht man immer noch eine zusätzliche App. Was ist jetzt da passiert? Nach einiger Zeit, genau gesagt nach einem circa einem halben Jahr, wurde die App mit einem Update versehen, nicht getestet. Und dann hatte es da einen Trojaner drauf. Einer, der auf einer frei erhältlichen Software basiert, dem RAD, also einem Remote-Access-Trojaner. Und ja, der dann halt nach Hause telefoniert hat. Der hat sich automatisch Mikrofonzugriff geholt und hört dann einfach Leute in deren Umgebung ab über dieses Telefon. Also wenn du zu den 50.000, also mehr als 50.000 Nutzenden gehörst, die sich die App runtergeladen haben, sofort deinstallieren und das System säubern, sofern du das dann kannst. Ja, wo sind wir? Genau, YouTube, die haben ein neues Sicherheitscenter für Videomacher ins Rennen geschickt. Und das ist eher so ein bisschen eine Alibi-Übung. Ich habe mir noch nicht alle Videos angeschaut, aber ich habe mir schon einige angeschaut, plus die anderen ein bisschen durchgestrahlt. Und was soll ich sagen? Ja, da geht es um Zwei-Faktor-Authentifizierung, um Pishing-Mails und so weiter und so fort. Dinge, die man eigentlich heute wissen sollte. Ich weiss, ich bin da kein Massstab, weil ich mich schon seit Jahrzehnten damit beschäftige. Oder vielen Jahren, doch Jahrzehnten, kann man sagen mittlerweile. Mein Gott, werde ich alt. Genau, aber auch für die breite Masse dünkt es mich mehr so eine Alibi-Übung, als das ist wirklich ernst mein. Aber ja, spreadet das Zeug und sichert eure Accounts ab, weil es gibt nichts Schöneres, als ein Account, den man nicht mehr hat. Oder doch, vielleicht ein Smartphone, das im See landet. Auch wenn das nach einem Jahr noch gefunden werden kann. Aber lassen wir die Geschichte. Google hat endlich bestätigt, dass sie eigentlich zwei Falt-Smartphone haben veröffentlichen wollen. Wie und was es weiter gewesen wäre, das hat man nicht verraten. Man hat lange gemunkelt, dass man neben dem normalen Fold auch ein Flip-Gerät hätte bringen wollen, wie das von Samsung, das von Oppo oder von anderen Herstellern. Das hat es aber nicht geschafft, soll anscheinend nicht den internen Qualitätsprüfungsbestand gehalten haben. Das hat eine Mitarbeiterin in einem Google-Podcast, im offiziellen Made-by-Google-Podcast erklärt. Zu guter Letzt geht es nochmals um Android, aber auch um Apple. Denn Apple hat angekündigt, mit dem Launch von Apple Music Classical, dazu mein Testbericht auf dem Pogips.ch-Blog, ich werde es auf daily.giktok.ch und oder in deinem Podcatcher, natürlich mit einem Link versehen, dass du da mal reinlesen kannst. Da haben sie nämlich versprochen, dass es bald auch eine Android-App geben wird. Und jetzt nach nicht mal einem Monat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die da, noch vor der iPad-App und noch vor der Mac-App. Also, Apple gibt Vollgas, auch in Richtung eines nicht-eigenen Systems, sprich eben für Google-Menschen da draussen. Und da gibt es auch genügend, die Apple-Musik hören und die dann somit auf die bis zu 5 Millionen Musikstücke zurückgreifen können. Wenn ich euch wäre, würde ich es mal ausprobieren. Ich mag es, ich höre es täglich ganz viel und fleissig und werde es auch noch viel fleissiger tun in nächster Zeit. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.